Hallo, George. Hast du kurz Zeit? Ja. Was brauchst du? Du, ich geh gleich auf Patrouille. Meine Waffe ist defekt. Kein Problem. Zeig her. Das sehr flixe Ding hat noch mehr Ladehemmung. Ich schau mir die Waffe an. Ich schau mir erstmal die Elektrik an. Es ist nur ein korrodierter Energieleiter. Den kann ich sofort reparieren. Deine Waffe funktioniert wieder. Nur aus Interesse. Wohin geht die Patrouille? Wir gehen in die Canyons hinein. Nachschauen, was die Features dort treiben. Ich bin bereit. Ich auch. Dann los. Ist der Patrick bereit? Ja. Der steht draußen. Schleuse ist verregelt. Bitte schließen sie ihre Helme. Wir nehmen den Weg über das Hochplateau und werden die Canyons von oben absuchen. Da werden wir nicht entdeckt. Die Samenstimmen hier sind heftig. Ja. Vor allem bricht der Funkkontakt sofort ab. Bist du dir sicher mit der Position? Die Station passt so perfekt hin. Die Fläche ist bald fertig. Könnt ihr schon mal das Material vorbereiten? Einiges muss noch vormontiert werden. Ich bin fertig. Du kannst verdichten. Mach ich. Wir bauen das Wohnmodul vorne und ein Laborteil hinten auf. Luke weiß schon Bescheid. Er holt die Teile mit dem Kran an die Baustelle. Er ist verankert. Das war die letzte. Jetzt kommen die Platten dran. Hast du alle Bolzen drin? Ja. Auch da drüben? Ja. Verschraubt. Fehlt nur noch eine Platte. Wird auch Zeit für eine Pause. Ich hab Kohllampf. Jahrh traditional. In solzديd. Du kannst schon mal das Lapaufen. Das ist wahr. Ich hab antreffen. vatat und Ansgado. guckenativos sind. Die Schleuse sieht gut aus. Neuestes Modell. Da dauert der Ausstieg nur noch halb so lang, wie bei den Schleusen, die ich bisher kenne. Gute Fahrt euch. Passt auf euch auf. Wir sind in zwölf Tagen mit neuem Material zurück. Die Position passt. Jetzt langsam absenken. Bis zum nächsten Mal. Der Anschlag ist verriegelt. Ist alles dicht? Ja, habe ich geprüft. Passt. Dann aktiviere ich jetzt die Sauerstoffgewinnungsumlage. Jake, ihr könnt das Ventil öffnen. Verstanden. Du kannst das Ventil öffnen. Die Anlage läuft einwandfrei. Ich sag's dir, die Station ist echt genial. Das wird unsere Basis für die nächste Zeit. Vielleicht nur noch die ganze Einrichtung. Die müssen wir doch vom Flugplatz holen. Übrigens, ich habe die Kennung für unsere Station erhalten. Oktodron 1131 Dein Schicksite. Wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Mal. ент. Untertitelung des ZDF, 2020